Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 8205 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Unser Unternehmen verpflichtet sich zu transparenten und fairen Geschäftspraktiken. Unser Unternehmen verpflichtet sich zu transparenten und fairen Geschäftspraktiken. Der Polizist auf der Straße ist sehr hilfsbereit und hört sich unsere Sorgen an. Der Polizist auf der Straße ist sehr hilfsbereit und hört sich unsere Sorgen an. Der Polizist auf der Straße ist sehr hilfsbereit und hört sich unsere Sorgen an. Ich stelle alles Private zurück und konzentriere mich nur auf den beruflichen Erfolg. Ich stelle alles Private zurück und konzentriere mich nur auf den beruflichen Erfolg. Als Autor solltest du eine Idee haben, die dich begeistert und die du mit anderen teilen möchtest. Achte auf deine Gedanken. Die Hoffnung auf Versöhnung bringt die beiden Feinde an den Verhandlungstisch. An diesem Strand gibt es viele Muscheln. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.